Nicht so gut wie jetzt. Genau, wir machen gleich weiter mit einem Stück, das widme ich jetzt gleich hier meinem brasilianischen Namensvetter, nämlich da hinten am Schlagzeug, vielleicht die Prosaunen mal schnell in den Keller fahren, genau. Da hinten sitzt nämlich der Geraldo Müller aus Brasilien. Und ja, eine Applaus. Und wir spielen Chega de Soudage, oder? Chega de Soudage. Ja. Ja, habe ich doch gesagt. Genau, also Chega de Soudage, Soudage, genau. Genau, und da bitte ich gleich unsere Sängerin, Daniela Rüder, auf die Bühne ein. Ein Applaus für mich, wenn sie sich überlegt. Oh, sehe ich gerade aus. Das ist ja schön. One, two, two. Ja. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020